und ja wir haben gewonnen weil die gegner wieder mal nicht aktiv waren wir haben mit 8000 wir haben uns digital escape mein team hat sich gegen team extreme durchgesetzt mit 8212 zu 1175 und dann öffnen wir mal diese belohung vielleicht noch einen halben bruch ja das sind die battle points Adam Cole ok wieder mal und noch eine monster pro die ich mir machen kann ja 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 dann zu dem war gucken fahrer Da habe ich ja Daniel Bryan gekriegt Habe ich aber schon Max gemacht, aber ich weiß nicht wo ich die reinpacken kann Das ist alles Problem Ich kann die nirgendwo mehr reinpacken Außer ich schaffs Ich tu sie dann proen Jetzt haben wir Elden Co Da kann ich leider jetzt Ich werde aber natürlich versuchen Die Monsterkotten die ich habe Die ich jetzt proen kann Zwei zu proen dann Ja das kann ich Erst später machen Und die Tankarten werden und finde ich bei mir schneller gewählt Weil wenn ich sie dann proben kann Dann wird nicht so sehr Foto einfach Ok nein Ich tu jetzt Ich tu jetzt Ich tu jetzt Ich glaube es gibt die Managern Die Managern Zu wenigstens Nicht aus Und morgen kommt schon die erste Folge wieder vom COC Mit den neuen Klangkriegsliegen Da kommt dann eine Folge Weil morgen ist ja schon Oh dieses Warten auf Netzwerk Die Ich guck mich aber langsam auf Kann sich auch auch verfissen Nur diesen Ja reingemut Warum kommt der jetzt so oft Warten auf Netzwerke ich haste das die kollege geschrieben ist das heißt doch ratan so haben wir gleich alles drauf und sehen was das bringt Wenn ich hier richtig fassen werde, ist es geil. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ciao, Leute.